Untertitelung des ZDF, 2020 Wir hatten neue Leute bekommen, die noch ein paar Sachen anziehen müssen, beziehungsweise nur noch Schuhe und eine Waffe Gut, wir können ja nochmal hier draufklicken, damit es da noch voran geht Ah, die laufen aber schick rum hier mit so Masken, ne? Naja, ist halt so Ja, dann gehen wir mal vielleicht nach unten gucken Auf Etage Was ist das hier? Was ist das hier für einer? Ja, ein Troll, okay, das ist aber ein Held, der da gerade läuft Okay, dann ist hier noch, wie hieß der jetzt? Ein Stone Troll, okay, ein Stein Troll Und, okay, Sachen gibt es hier noch genug, wie jetzt, ah, ein neuer Held Jetzt haben wir wieder sechs, okay Da ist aber noch ein anderer Kerl Und das ist ein Berserker Na, komm schon Berserker-Troll, okay, hier unten gibt es dann ganz viele Trolle, alles klar Gut, da, hm, was sind das für ein Material? Ogreit Ogreit oder so ähnlich, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird Gibt es aber hier auch mehrfach, sehe ich gerade Das bedeutet natürlich immer, hier ist einer gestorben, ein Held Magier Leichnam, würde ich jetzt sagen Korps, Korps, wie sollte man das noch übersetzen? Ja, hier wurde auch viel gekämpft Da auch, da kommt jetzt noch ein neuer Held Der sich dann hier bemüht, oder wie sehe ich das? Okay, aber den hat er geschlagen, das war wohl nicht so schwer Korpus, könnte Korps heißen, so, ne? Okay, der macht jetzt nichts mehr Da ist ein schicker Helm, natürlich, ne? Der ist ein bisschen besser schon Und wir haben jetzt nochmal, gerade können wir mal gucken, was wir hier für Waffen eigentlich machen Dann könnte man ja jetzt dieses hier machen eigentlich, ne? Also das war die Einzelgeschichte und hier ist Minimum Stock, ne? Dann wollen wir mal hier jeweils einsetzen Kupfer braucht man nur noch, right? Okay Und dann müssen wir mal gucken, ich glaube hier hatten wir die Massenproduktion Die könnte man jetzt dann runterfahren, ne? Obwohl, da ist ja noch Ja Ist genug vorhanden, ne? Machen wir mal aus, brauchen wir nicht mehr Wir machen jetzt das andere Gut Ausschalten wieder Und dann hier, alright, sammeln, ne? Äh Das geht ja auch nicht, ne? Boom mit Goldene Set Silberne Set Coolit Okay, wofür das jetzt gut ist, weiß ich nicht Ah ja, super Gold, Gold und Eisen Gold bringt's viel, ne? Okay 1.600 1.600 2.700 Aber ich glaube wir bleiben dabei, das ist schon nicht schlecht Wenn sie das dann überhaupt machen, ne? Was ist das hier? Kupfer? Ne, Eisen, okay Warum liegt hier Eisen mitten auf dem Weg? Stoppt das irgendwie einer, wenn er stirbt, oder was? Da auch Sehr interessant, ne? Da ist wieder Oder ist das der Mage von vorhin? Ne, der war ja da schon, okay Die hat's dann wohl ein bisschen gewischt Der läuft noch hier rum, der Held Wir haben aber noch Sechse Gut Haben wir denen eigentlich irgendwo was verboten, wie tief sie gehen können? Ne, können bis unten Ne, ne? Ja, 19 ist Maximum Wo geht er jetzt hin? Da Okay, da hat er noch irgendwie so'n Zombie gefunden Oh, da ist noch ein Magier Ne, Vampir, okay Und ein Feuerkopf Okay, ja, jetzt tüchtig zu tun gerade Aber hat er auch geschafft, ne? Ja, das ist kein schlechter wohl Mit E geschrieben, ne? Nicht mit Ä Gut, dann geht er wieder hoch Weil er vielleicht verletzt, oder sowas, ne? Okay, was machen wir dann? Gute Frage Was ist das für'n Ding? Okay Da ist jetzt ein Held Da ist jetzt ein Held Wo war nur einer gekommen jetzt? Wo war das? Hier, da Dann gucken wir mal, was der macht Ah, okay Da hat er schon den nächsten Feinde Oh Ein Wehrtiger Wo ist die Ogre Hat sich jetzt aber gerade, glaube ich, gute Gegner ausgesucht, ne? Ein Ghoul Ah, er haut aber ab Zieht zwei mit Oh, da kommt schon der Nächste Aber der läuft zum Glück woanders hin Und Oh, kommt ins Gefecht, oder? Ah, schibbig Das ist nicht gut Ist aber noch gesund Leicht verwundet Dem geht's gut Oh, ich glaube Ja, da haben wir das Problem Der ist gestorben 55, ne? Hm Okay Wieso sieht denn der so aus? Power of the Beast, okay Und er zieht noch irgendeinen Held, oder was? Ja, die Hellen, die kommen dann doch mit denen, klar Aber sonst Das ist ein bisschen schwierig, ne? Warum greift er da nicht mit an? War jetzt nicht so das Tor, ne? Ah, jetzt geht's aber Zu dritt Oh, und sie ist noch vorher gestorben Läuft, ne? Oder? Naja Ist halt so So, ziemlich viele Verluste gerade Läuft nur so ein komischer Weird Tiger Ne Lass die Ogre, okay Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist Das war jetzt die Schwur, oder? Sniper Edge Okay, da holt einer jetzt Donnerkugel Hier unten läuft ein Held Den gucken wir erstmal, was der macht Der entdeckt was neu Einen hat er schon kaputt Den zweiten auch Also ich glaube, der hier ist schon richtig cool, ne? Der muss wohl gute Erfahrungswerte schon gesammelt haben Hier unten Das mal gerade anhalten Und den mal einmal angucken Fett 1241 Ne, 12 1410 Erfahrungspunkte sind das Okay, alles klar Dann weiß Bescheid Level 42 Dem geht's gut, ne? Können wir das eigentlich hier bei allen sehen? Ja, ne? Level 45 43 42 43 43 33 Okay, der ist der schlechtere Aber Da geht was, ne? Gut, weiter geht's Haben denn unsere anderen Leute auch Erfahrungspunkte? Ja, ne? Oder? Ah, ne? Nicht wirklich, okay Schade, ich dachte Guck mal, der hat jetzt auch so einen Golden Bow Golden Eggs Oh, okay Goldzeug ist wohl gut, ne? Achso, dahinten sind ja auch Damage 2800 2600 2500 Wow Nicht übel Achso, die sind jetzt voll ausgerüstet, ne? Die können wir jetzt irgendwo hinstecken Äh, ja Machen wir auch Und zwar kommt der zum Trägern Und der auch Jetzt haben wir da 8 8 14 5 Und 17 Einer wird noch Bergmann Und einer geht noch Essen machen Läuft Wo wird denn hier gekämpft? Wahrscheinlich war das gerade hier unten, oder? Ja, sieht so aus Woanders ist nix Gut läuft aber, ne? Ja, jetzt können wir mal nach oben gucken Ganz oben ist ja irgendwie noch vielleicht Das eine oder andere Licht hier zu installieren Oder haben wir? Ne, wird gemacht Okay Hier fehlt noch eine Kiste Und Keine Ahnung, eine Lampe Ja, das muss alles gebaut werden Die Tische Kommt der Tisch mit den Stühlen Kommt auch nicht voran Hier ist schon alles ausgerüstet Okay, das passt erstmal Hm, was machen die Fenster? Irgendwie kommen die Fenster da nicht rein, ne? Das ist mir jetzt unerklärlich gerade Warum stockt es bei der Produktion der Fenster? Hm, gute Frage, ne? Hier sind ein paar Schuhe Okay, die sind jetzt auch übergerade Hier gibt es noch Rüstungsgegenstände Die gar nicht immer so schlecht sind Und das hier Knorre Schwert Und Dann ist der Ambus Eine Brustplatte Gibt es denn hier was drinnen? Ne, ne? Doch da Aber Alles aus Eisen Eisen haben wir ohne Ende Und der Rest ist leer Außer da haben wir ein paar Boots noch drinnen Okay Gut Wie sieht es mit Essen überhaupt aus? Kein Brot mehr da Äpfel-Lambar und Bier-Lambar Jetzt nicht so doller mit dem Essen, ne? Könnte ein bisschen besser sein Was macht die Happiness? 63 von 80 geht also Getreide ist genug da Könnte man noch was erweitern Was haben wir hier eigentlich gemacht? Keine Ahnung was das werden sollte Achso, das wollten wir aufschütten vielleicht, ne? Wäre eine coole Idee gewesen Aber geht wohl nicht Okay, ich glaube wir können hier noch ein paar Laternen instellen Damit die dann nicht im Dunkeln langlaufen müssen Auf jeden Fall da eine hin Ich weiß jetzt nicht was richtig ist und was falsch ist, ne? Machen wir einfach mal was Hier passt doch irgendwas nicht, oder? Aber ich weiß nicht, wo das Richtige wäre Spielt aber jetzt auch keine wirkliche Rolle, ne? Lass die einfach da hinbauen und ist gut Hier stimmt das wahrscheinlich Das passt wohl Das passt wohl Das passt vielleicht auch Das passt auch Die ist dann richtig Die ist auch richtig Die ist wahrscheinlich auch richtig Dann hier Diese Kerzen passen Ja, das ist dann hier auch richtig Wenn das eine Kerze wird Wird sie aber nicht Also die ist verkehrt Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Baustelle da ist Das machen wir mal weg Machen wir das nochmal Eins, zwei, drei Warte mal Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Das heißt Hier ist die richtige Kerze Und da Ja, das passt jetzt Okay, eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Kerze Kerze Und da Die ist falsch Sieht man schon, ne? Kerze 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 Und da auch noch eine So, jetzt hier Unlock 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 Und auch dort Unlock Und die auch So, jetzt können die die Kerzen umstellen Und dann ist alles gut, ne? Läuft nebenher Ich dachte, macht der Aber macht der nicht Kommt hin, ne? Passt wohl Hier ist es wohl auch durcheinander geraten, wenn Aber das ist jetzt die Frage, was richtig und was falsch ist, ne? Weiß sowieso keiner so wirklich, ne? Oh, jetzt ist es dunkel geworden Ne, die Kerze da weg Ah, ne, es wird Nacht gerade Alles klar Drei Fast Dann kommt die Kerze ja da hin, ne? Gute Frage, ob das so richtig oder falsch ist Naja Lassen wir erst mal so, ne? Gut Oh, da sind irgendwo noch welche gestorben Kann das sein? Hm, das ist nicht so toll Und einen Held haben wir aber dazu gekriegt Naja Okay Aber ich würde sagen Ich, äh Würde die Folge jetzt hier mal beenden Nächste Runde machen wir dann weiter Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn ihr noch keins habt Und über einen Daumen hoch natürlich auch Und dann bis zur nächsten Folge Tschüss